Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Infovideo und da wir in letzter Zeit recht viele neue Abonnenten dazu kriegen, habe ich mir gedacht, ja komm, mach halt noch ein zweites Infovideo für den Livestream. Das zweite Infovideo ist zwar meistens relativ überflüssig, aber wie erwähnt, da wir gerade einen ziemlich starken Abonnentenzuwachs haben, will ich für die neuen Abonnenten auch nochmal hier klar machen, wie das Ganze funktioniert. Also wir haben jeden Sonntag um 16 Uhr einen Livestream. In diesem Livestream wird in der Regel als erstes Rouge gespielt und ab der ersten Partie Rouge wird dann gewotet, was dran kommt. Rouge kann bis zu zweimal wiedergewählt werden, sprich dreimal, das ist meistens doch fallisch, aber es auch Menschen gibt, die was anderes sehen wollen, fliegt Rouge in der Regel nach der dritten Runde raus, wird aber oft nochmal zum Abschluss gespielt. So, zur Auswahl stehen Rouge, War Thunder, Battlefield Hardline, ich hörte wahrscheinlich ab und zu mal Battlefield Heroes sagen, weil BFH erinnert mich einfach zu sehr dran. Aber Battlefield Hardline einfach nur aus folgendem Grund, dieses Spiel besitzt jeder. Ich hoffe, dass es bis zur Beta also noch verfügbar ist, ich weiß, dass es heute noch verfügbar ist, aber ich weiß nicht wie lang, nicht dass es während der, also dass die Beta während dem Livestream endet, wäre ein bisschen schlecht. Denn Gary Smott, so eine Runde TTT oder Murder ist eigentlich mal recht witzig, wobei es im Livestream natürlich ein bisschen schwierig ist, aber da können auch wieder recht viele Leute mitmachen. Äh, Counter-Strike, das haben wir letztes Mal schon gespielt, war ganz unterhaltsam. Red Orchestra 2, ähm, das habe ich reingenommen, weil die letzten zwei Red Orchestra Videos ziemlich gut ankamen, also anscheinend interessiert das sehr viele Leute von euch. Worms, weil Worms ist es witzig. Und Besiege, das könnte man auch mal machen, das haben mir die Entwickler gesponsert, ich komme jetzt nur gerade nicht dazu, ein Video drüber zu machen, deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, kann es ja mal im Livestream spielen, ist auf jeden Fall recht unterhaltsam. Und ich glaube, das ist auch so ein typisches Community-Spiel, das schlicht und ergreifend mehr Spaß macht, wenn man es zusammenspielt. Falls ihr noch irgendwelche weiteren Vorschläge habt, schreibt es in die Kommentare, dann packe ich sie auch noch hier rein, da wird immer ein Poll errichtet, wie ihr schon seht. Und der Poll wird dann eben, ja, gepollt, ne ja, also auf jeden Fall gibt es eine Umfrage, da könnt ihr dann abstimmen und ja, ist eigentlich immer ganz witzig, ich meine, allein die Abstimmungen sind immer schon das Witzigste vom Livestream. Also wer letztes Mal dabei war, der weiß, um was ich rede, das war eigentlich recht unterhaltsam. Und ja, dann war es das soweit von mir, ich hoffe, wir sehen uns dann heute um 16 Uhr und bis dahin, ciao Leute.